Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video zur Mathe-Kursstufe. Und heute fangen wir richtig an mit den Ableitungen, nicht anhand von Graphen oder sowas, sondern jetzt mal anhand von Funktionen, seht ihr hier schon. Und ja, ihr müsst mir jetzt einfach glauben, wenn ich euch sage, dass wenn ich eine Funktion ableite, dann bedeutet das, dass ich möglichst nah, also im Prinzip unendlich nah an einen Punkt reingehe und in dem die Steigung bestimmen. Das haben wir das letzte Mal geklärt, nur kurz als Wiederholung. Und jetzt machen wir mal hier weiter. Also, man leitet einfache Funktionen ab, indem man, also das hier ist jetzt die Funktion x hoch 3, indem man die Hochzahl vorne dran schreibt, einfach 3, dann mal, das ist jetzt mein Mal, das geht leider nicht anders, dann das x, übernimmt man gerade wieder, x, dann hier oben diese 3, einfach um 1 zu verringern, also 3 minus 1 ist 2, also 3x hoch 2, während das hier, das ist jetzt die Ableitung von der Funktion. Das Prinzip ist relativ einfach. Also nochmal ganz kurz, anhand von nächsten Beispielen. Man nimmt die Hochzahl, schreibt sie als Mal vorne dran, diese 2 hier bedeutet ja auch nichts anderes wie 2 mal x hoch 2, das heißt wir haben, upsala, wir haben jetzt hier 2 mal 2x, also diese 2 hier ist die von der Hochzahl, die wir jetzt einfach vorne dran schreiben. Diese 2 hier, die übernehmen wir einfach gerade, das x übernehmen wir auch und die Hochzahl verringern wir um 1. 2 minus 1 ist 1, x hoch 1 ist einfach x, das kann man reglassen. Das ist so definiert. So, und jetzt da unten, jetzt eigentlich nochmal ein bisschen kniffliger, hier 5, also das hier kann man natürlich auch noch weiter zusammenrechnen, braucht man aber jetzt nicht unbedingt. Das ist 4x. Und das da unten, nehmen wir die Hochzahl wieder, 3, schreiben sie als Mal vorne dran, Mal, und dann übernehmen wir diese 5, übernehmen das x und verringern die Hochzahl um 1, also 3 minus 1 sind 2. Soweit dürfte es eigentlich ganz klar sein. Jetzt hier 3 mal 5, 15 x Quadrat. Ja, also eigentlich nicht so schwer. Und das ist praktisch das Grundgerüst, auf dem man die Ableitung aufbaut. Man kann jetzt hier nämlich auch noch weitergehen mit den Funktionen und sagen, man setzt die jetzt zusammen. Also wir haben jetzt hier gerade mal diese ganzen Sachen. Jetzt sagen wir einfach. Ich setze die zusammen. Das schreibe ich gerade mal da oben hin. Sagen wir, wir haben die Funktion f von x ist gleich, erstmal das x hoch 3 hier, x hoch 3 plus 2x Quadrat. 2 x Quadrat. Mir ist bewusst, dass man das jetzt auch noch zusammenrechnen könnte, aber wir lassen das jetzt einfach mal, diese 5x hoch 3, und übernehmen die einfach so. So, es geht ja gerade um das Prinzip, wie man ableitet, eine zusammengesetzte Funktion hier. Deswegen rechnen wir jetzt hier die x hoch 3 und die 5x hoch 3 nicht zusammen, damit ich euch zeigen kann, wie man das ableitet. f' von x ist immer die Ableitungsfunktion. dann haben wir hier x hoch 3 abgeleitet, haben wir hier schon 3x Quadrat. Also nochmal kurz, die 3 als Mal vorne dran schreiben, das x übernehmen, die Hochzahl um 1 verringern, 3 minus 1 ist 2. Und jetzt kann man hier einfach plus und dann mit dem nächsten Glied in der Funktion genau gleich verfahren, also 2x Quadrat. Das haben wir hier schon abgeleitet. Oder ich kann es auch nochmal kurz zeigen. die Hochzahl vorne dran als Mal 2 Mal. Diese 2 hier einfach übernehmen. x, x hoch 1 ist, also 2 minus 1 ist ja 1, und x hoch 1 ist x, das kann man so lassen. 2 Mal 2 kann man auch schreiben als 4, sieht schön aus. Man wäre hier unten auch schon gemacht. Und hiermit genau dasselbe. 3 vorne dran schreiben, mal 5, das ist 15. Da unten haben wir das auch schon ausgerechnet, x Quadrat. So, und ihr seht jetzt, wir haben hier eine relativ kompliziert aussehende Funktion. x hoch 3 plus 2x Quadrat plus 5x hoch 3 haben wir abgeleitet. Als eine weitere Funktion. Und wir haben gar nicht mehr so viele Probleme gehabt. So, in Folge dessen, würde ich sagen, wir rechnen das jetzt doch zusammen. Also man darf jetzt hier natürlich x hoch 1 nicht mit x Quadrat addieren. Das geht ja nicht. Das können wir ja nicht machen. Wir können aber, ups, Alter. Wir können ja aber sagen, 3x Quadrat und 15x Quadrat kann man zusammenrechnen. Ähm, wir addieren einfach, also 3 Äpfel, x Quadrat sind jetzt mal unsere Äpfel. 3 Äpfel und 15 Äpfel geben 18 Äpfel. Ups, Alter, nicht dahin. Das sind 18 Äpfel und Äpfel sind x Quadrat. Und dann haben wir hier noch 4 Birnen. x sind unsere Birnen. Das heißt, wir haben hier 4 Birnen. Die bleiben einfach. So, und jetzt haben wir die Funktion sogar schon zusammengefasst. Wir hätten es auch natürlich hier oben schon mal zusammenrechnen können. Dann wären das, ähm, 6x hoch 3 gewesen. Und wir hätten es gleich ableiten können. Wäre auch gegangen. Müssen wir aber nicht. So, und jetzt kommt was nochmal Neues. Man kann nicht nur die erste Ableitung bilden, sondern auch gleich die zweite Ableitung. Das ist dann praktisch die Steigung von der Steigung. Also, man gibt an, ähm, wie viel steigt jetzt unsere Steigungsfunktionen an welchem Punkt. Klingt total verwirrend, ist eigentlich nicht so kompliziert. Im Prinzip muss man es einfach nur mal ausrechnen. Ähm, hier, selbes Prinzip. 18 x Quadrat abgeleitet. Also, ich weiß, wir sind jetzt hier schon einmal in der Ableitung drin, aber wir bilden jetzt die Ableitung von der Ableitung. Deswegen diese zwei Striche. Ein Strich heißt immer die erste Ableitung. Und zwei Striche heißt die Ableitung von der Ableitung. Drei Striche ist dann dementsprechend noch eins tiefer. Man kann so tief gehen, wie man will, aber es ist irgendwie unnötig. So, ähm, jetzt hier 18. Äh, übernehmen wir gerade mal. Dann das hoch vorne dran schreiben. Zweimal. Ähm, das x übernehmen. Also einfach x hinschreiben. Und 2 minus 1 ist 1. Also lassen wir das gerade mal weg. 2 mal 18 kann man auch anders schreiben als 36. Ähm, plus dann einfach wieder. So, äh, 4 mal, was steht jetzt hier genau? x hoch 1. Und, ähm, da wir die Hochzahl vorne dran schreiben müssen, hier steht ja x hoch 1, schreiben wir einfach 1 mal, dann übernehmen wir die 4. 4. Dann x und dann hier oben hoch 1 minus 1. Also 1 minus 1 ist ja 0. Und x hoch 0, egal welche Zahl hoch 0, das schreibe ich gerade mal kurz hierher. A hoch, ach so, ich mache jetzt 4 hoch. A hoch 0. Das Ding hier ist, ähm, wenn man kein richtiges Hoch hat, das Hoch. ähm, A hoch 0 ist immer 1. Das heißt, wir haben jetzt hier x hoch 0 stehen. Und x hoch 0 ist immer 1, also haben wir hier nochmal mal 1. Bleibt im Prinzip 1 mal 4 ist 4 und 4 mal 1 ist auch 4. Also bleibt im Prinzip wenn ihr ja nur ein x dastehen habt, nichts weiter stehen als einfach nur die Zahl vor dem x. So, und jetzt haben wir schon die zweite Ableitung gebildet. Ihr seht, wie einfach das eigentlich ist. Für was wir die brauchen, das werdet ihr später noch sehen. Ähm, ich hoffe natürlich, ihr folgt weiterhin meinen Erklärungsvideos. Ähm, ja, da werde ich definitiv noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ihr habt jetzt erstmal gesehen, wie man hier diese Funktion zusammenrechnen kann und wenn ihr dazu Fragen habt, also nicht wieso man die braucht, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Riessere. Musik 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 Passup